Der Baltoro Rucksack ist ein ganz besonderer Rucksack, ein einzigartiger Skiton Rucksack mit 42 Liter bei nur 1670 Gramm. Das Einzigartige an diesem Rucksack ist, dass er sich durch abnehmbares Boden und Deckelfach von 42 Liter auf 28 Liter reduzieren lässt. So was ist natürlich ideal für Skihochtouren. Das heißt, ich erreiche mein Basecamp, meine Hütte mit dem großen Volumen, mit viel Gepäck, aber habe dann eben ein 28 Liter Rucksack für diese Tagestouren, was sehr, sehr angenehm ist. Wir haben extra für Skitongen einen praktischen Zugriff zum Hauptfach über einen umlaufenden Reißverschluss am Rücken konstruiert. Des Weiteren hat der Rucksack zwei Riemen am Deckel für eine einfache Seilaufnahme und wir haben zwei großzügige Netz-Außentaschen für Getränkeflaschen, für Skifälle, für was auch immer. Dazu haben wir an der Hüftflosse zwei Taschen für schnellen Zugang, zum Beispiel zum Fotoapparat, zum Sonnenschutz oder zum Handy. 23 ante 23 23 24 28 29 29 , 31 32 86 34 sky